Sie sind Unternehmer und wünschen sich mehr frei verfügbare Liquidität? Mehr Unabhängigkeit von Banken? Dann gründen Sie doch selbst eine Bank. Und wären Sie für die Fachkräfte in Ihrem regionalen Arbeitsmarkt gern der attraktivste Arbeitgeber? Dann machen Sie ihnen doch ein unschlagbares Angebot. Und das kostenneutral. Nutzen Sie dafür ein seit über 150 Jahren bewährtes Patentrezept. Es heißt ganz sperrig, nun halten Sie sich fest, pauschal dotierte Unterstützungskasse, auch U-Kasse genannt. Sie beschreibt einen Durchführungsweg in der betrieblichen Altersvorsorge, und zwar einen ohne teure und für Sie nachteilige Versicherungen. Und so funktioniert sie. Die Belegschaft wandelt einen Teil der Löhne und Gehälter um, und diese werden einem Mitarbeitersparbuch zur betrieblichen Altersvorsorge gutgeschrieben. Wie bei einem Konto einer unternehmenseigenen Bank. Die eingezahlten Beiträge bleiben dadurch im Unternehmen, anstatt zur Versicherung abzufließen. Dort setzt sie der Unternehmer ein, um zum Beispiel teure Bankkredite abzulösen oder Maschinen zu kaufen, oder erschafft sich Liquiditätsreserven. Die Ansprüche der Mitarbeiter sind gesetzlich insolvenzgeschützt. Und weil sich dieses Modell betriebswirtschaftlich, bilanziell und steuerlich für Sie ausgesprochen lohnt, sind Sie als Unternehmer auch gerne bereit, noch etwas obendrauf zu legen. Später, zum Rentenbeginn, zahlt der Arbeitgeber die Beiträge plus einer festen Verzinsung in einer Summe an die einzelnen Mitarbeiter aus. Und das Schöne daran, im Gegensatz zu versicherungsförmigen Modellen der betrieblichen Altersvorsorge, behalten Sie bei der U-Kasse immer die Kontrolle. Je nach Konzeption und individuellen Wünschen sind die Vorteile für Ihr Unternehmen so zahlreich, dass Sie die pauschal dotierte U-Kasse Ihrer Belegschaft sogar zum Nulltarif anbieten können. Die pauschal dotierte U-Kasse ist also ein lukratives Instrument der Innenfinanzierung, macht Sie als Unternehmer freier in Ihren Entscheidungen und sorgt für eine hohe Arbeitgeberattraktivität. Wie das alles gehen soll? Sprechen Sie uns an. Wir nennen Ihnen einen kompetenten Berater oder eine Beraterin in Ihrer Nähe, die den hohen Qualitätsrichtlinien des Bundesverbandes pauschal dotierte Unterstützungskasse verpflichtet sind.